Wenn Hochzeit draufsteht, ist es einfach viel teurer. Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Hochzeitskanal. Ich höre das immer wieder, dass besonders clevere Menschen den Blumenstrauß nicht als Brautstrauß bestellen, weil er dann viel günstiger ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn es solche Dienstleister gibt, das sind doch dann Arschdienstleister, die man doch dann nicht noch unterstützen kann. Selbst wenn es so wäre, bestellen sie doch bitte ihre Blumen dann nicht bei so jemandem. Ich finde das unter aller 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 Kanone und das darf man auf gar keinen Fall unterstützen. Und wenn sie als Brautpaar Dienstleister unter diesem Aspekt überhaupt anfragen, dann vertrauen sie denen doch gar nicht. Wieso tun sie das dann? Lassen sie solche Leute einfach außen vor. Und wenn sie selber nicht wissen, worauf sie achten müssen, damit sie einen zuverlässigen Profi an ihre Seite bekommen, dann fragen sie doch lieber einfach nach. Und wir haben auch so ein Safety Check. Das ist ein ganz kleiner Beitrag. Und dann können wir mit ihnen alles durchgucken. Und sie sind auf jeden Fall immer, immer auf der sicheren Seite. Aber wieso sollen sie für eine Hochzeitstorte mehr bezahlen als für eine Geburtstagstorte? Das ist doch dann auch ein Scheißdienstleister. Also bestellen sie ihre Torte dort auf jeden Fall nicht. Genau, so sehe ich das. Ich möchte nur mit ehrlichen Leuten arbeiten. Ich möchte nur ehrliche und tolle Hochzeitspaare. Und ich möchte ihnen auch nur ehrliche Menschen an ihre Seite bringen, die sie unterstützen bei ihrem schönsten Tag im Leben. Hier abonnieren und kommt noch ein weiteres Video für Sie. Bis bald!